Hallo, ich bin Emma G und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Wir haben es durch die Schule geschafft, tatsächlich sogar lebend. Und ja, der Motor war zwar nicht an der Stelle, an der wir gehofft hatten, dafür haben wir ihn hier gefunden, in dem Haus von Frank, eines ehemaligen Kumpels. Und ich hab das Haus durchsucht und hab tatsächlich neben einigen Supplies noch eine Nachricht von ihm gefunden, die ich euch nicht vorhalten möchte. Of your set in your ways attitude. I wanted more from life than this and you could never get that. And that stupid battery you kept moaning about. I got it. But I guess you were right. Trying to leave this town will kill me. Still better than spending another day with you. Good luck, Frank. Ja. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir das Ding nicht zum Laufen bringen. Ich habe es gefunden, und ich habe, äh, ich habe gedacht, du solltest es haben. Und das ist, wie du dich fühlst. Ich will f*** dich auch, Frank. F***er Idiot. Sind Sie bereit, zu gehen? Alles okay mit dir? Oh, haben wir ihn weggeschmissen. Den nehmen wir mal mit. Was sagst du? Du willst du okay mit dir? Ja, nicht ein Problem. Du bist ein guter Job. Ich habe gedacht, du solltest das wissen. Ich werde dich nicht mit dir. Ich werde dich nicht mit dir. All right. Session. Done. Let's go. Let's do it Stay focused Stay focused Oh f**k No, go the f**k away No, go the f**k away You have to go right into the mouth here And you have to go there That's not me Oh f**k Son of a Bitch Puh Nice Just Nachladen Definitiv Wichtig Ich bin doch schon da Helf dir beim Anschieben Hey, das Ding hab ich gar nicht gesehen Da liegt ein Baseballschläger, den will ich Oh, come on Du gehörst jetzt mir Hier Oh, oh, komm, ey Nein Gut, nach der Aktion Verbinde ich mich hier jetzt tatsächlich noch erstmal Kann nicht schaden Dann So, dann Let's go Zum nächsten Versuch Ja Pass Oh, oh Oh, shit Oh Holy Fuck You got them Ja, ich bin grad selber leicht beschäftigt Und Warte, ich helf dir Und jetzt nehm ich mir den Baseballschläger damit Munition, 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 Munition Hat irgendeiner vielleicht Munition fallen lassen? Nö Nö Ist schlecht Komm, schiebt etwas Stärker Holy shit So, das war's mal durch Jetzt kriegst du noch eine drauf Holy shit, Alter Ich hab eine Runde Ich hab eine Runde Lass uns in die Runde Okay, Ellie, bereit Okay, Ellie, starte Okay, Ellie, starte Hörst du das Geräusch, Bill? Ja, das bedeutet, dass du es hier auch hörst Lass uns in die Runde Hahaha Gute Idee Sehr gute Idee Rein da und los geht's Woher weiß die kleine wie mein Motor startet Aber gut, ich kann mich nicht beklagen Stopp! Just keep her running, okay? That girl nearly got us killed You gotta admit She didn't hold her own back there You ain't gonna make it Oh, oh Uh Here What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them Appreciate it Look, Bill, uh About your buddy back there, uh That's a tough deal And I'm, uh We square We square And get the fuck out of my town No, wahnsinnig freundlich Oh, man Hey, what happened to sleeping? Okay I know it doesn't look like it But this here Is not a bad read Only one problem Right there To be continued I hate my brothers Where did you get that? Uh Back at Bill's I mean all this stuff was just lying there What else did you get? Well Well Here This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time That is winter, though Oh, man Well, better than nothing Oh I'm sure your friend will be missing this tonight It's light on the reading, but it's got some interesting photos No, Ellie, that ain't for kids Whoa! How the hell would you even walk around with that thing? Get rid of that! Hold your horses! I wanna see what all the fuss is about Oh Why are these all stuck together? Um I'm just fucking with you Bye-bye, dude! Uh-huh You know what? This isn't that bad Why don't you try to get this lady? Right? I'm not even tired Du bist so süß! Du bist so süß! Easy. Please. Holy shit. Are we going to help him? Put your seatbelt on, Ellie. What about the guy? He ain't even hurt. How do you hear me? My hand. Holy shit. The music still works. Das ist der Begrüßungs-Komitee. Au! Holy fuck! Na! Was fällt dir ein, die Kleine zu schlagen, sag mal. Uh. This little fucker. Ich wollte ihm das Ding eigentlich in die Fresse werfen. Holy shit! Oh! Oh! Ich wollte ihm das Ding eigentlich in die Fresse werfen. Oh! Oh! Son of a fuck! Na! Oh! Wo ist der Witz? Na warte! Son of a fuck! Holy shit! Over the bus! Oh fuck! Da kommen ja noch mehr! Au! Scheiße! Scheiße! Oh my god! Oh! Oh my god! Oh! 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 Oh no! Na komm schon! Ich baue etwas Munition! Komm schon, hier muss doch irgendwo Munition zu finden sein, ich mein ernsthaft, Leute. Fucker. Du kleiner Schwanzlutscher. Und das war's mit dir, so. Aber die haben doch alle immer Waffen dabei, warum lassen die keine Munition fallen? Okay, hier muss doch irgendwo Munition sein. Zwei Schüsse sind besser als nix. Du musst über den Stein behalten. Okay. Fuck, komm mal rein. Komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. See if you can get a prop dobo or something. Um, there's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go! All right, I got it, I got it, I got it. Look. Ah, full, okay. Holy shit. Session acquired tools, level 2. Was is this? See, don't know. Bomber. Smoke bomb. Oxidized sugar creates a smoke screen that will hide you from your enemies. They ignite with a concussive burst, stunning any enemy caught in the explosion radius. Enemies can't see through the smoke and won't shoot at a target they can't see. Use this to escape when overwhelmed or rush in while enemies are stunned. Klingt doch gut. Klingt sehr gut. Holy shit. Was hast du zu sagen? Okay, Schere ist gerade auch gettetlich voll. Kann nicht schaden, davon eins zu viel zu haben. Beziehungsweise kann man nicht genug Medi-Kids haben. Das ist einfach nicht möglich. Tourists manifest. Okay. Okay, sie haben Strichliste geführt, was sie den Leuten alles abnehmen. Sehr schön. Dann gehen wir da weiter. Ich bin auf beiden Seiten. Okay. Naja, es war eine ziemlich eindeutige Antwort eigentlich. Munition. Yes. Und nachladen. Sehr schön. Was haben wir da hinten? Healthkit upgraded. Healthkits are now 33% stronger. Nice. Deswegen schaue ich mich immer in allen Ecken um. Yes. Eine Werkbank. Pfeile. Nice. Oh voll. Shit. Eigentlich kann ich da auch mal Pfeile und Bogen benutzen. Na ja. Jetzt sprechen wir. Eine Karte. Wird ich fast übersehen. Ambush Map. Ah. Perfekt. Dann kann man dem ganzen Spaß entgehen. Im Ideal voll. Ich würde gerne den Pfeil noch mitnehmen. Aber hm. Ist nicht. Oh. Ich glaube nicht, diese Leute wurden infektiert. Aber es ist egal. Wir gehen einfach weiter. Oh. Und gehen wir da rauf. Und. Okay. Hier ist die Brücke. Das ist unsere Weg raus. Hey, Ellie. Lassen Sie sich. Warte für mich. Oh Gott. Hier. Wie kann ich dich? Wie soll ich mich erst gehen? Und schau deine Sprache. Okay. 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 Heyy. Blümchen. Wuhu. Fucking nice. So. Wird auch gelacht, wenn hier jetzt nicht gleich irgendwelche Zombies kommen. Ich wistle. Halt es. Halt es. Oder etwas anderes, das könnte mich verrückt. So, dass es nicht so groß viele Geräusche machen. Termination Shock! Ein Comic! Yes! Der sitzt da schon eine Weile, würde ich sagen. So, wo bist du denn schon wieder? Bist du schon wieder weitergelaufen, einfach? Was soll denn das? Alter. So. Oh, shit. Oh, shit. Ellie, get down. Where did you learn to shoot? Man, fool. You had an entire flock and you hit nothing. I'm about to hit you. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. Oh, shit. What the hell are you going to do, guys? You're supposed to be here. No, they're on the highway shift. Wouldn't be surprised if we can have another batch of tourists. Spot the gold mine, lucky bastard. Ha. Is there anything you can forage while we wait for them? Ain't nothing here. Keep going. Keep going. That's right. Ellie, du solltest dich irgendwo verstecken, wo sie dich vielleicht nicht sehen. Eine Idee. Sehr schön. Man muss nicht immer auf Konfrontationskurs gehen. Das schadet gar nicht. Spart mir Munition, Nerven und Zeit, weil ich nicht so oft neu laden muss. Ich denke, dass sie weg sind. Ja. Ja. Esos Leute mich überrasen. Es war fucking... Ist diese Stadt voll von diesen Leuten? Wann ist die Frage, wann? Hey, da liegt doch was. Sehr schön. Lost Hill Note. We lost Troy Hill to the most ragtag pieces of mega shit ever to carry a gun. Bastards are cunning tough. Not cunning, though. They stole one of our mortar launchers. We didn't stand a chance. With this and the strip district in their pocket, they now control the whole river. Ah. Maybe for difficult retreat, there's half-hour squad left. Barely half-hour squad left. Alter, der eine miese Handschrift. I just pray to God that Jeremy and Pam are still alive. They got stranded on the other side of the river. Okay. Why wouldn't they give them their food? Sometimes they ran out. Most times they just held on to it. That never happened in Boston. Just me, it happened all the time. Okay. Interessant. Ach, komm, ich vergrüßt gleich irgendwas an. You'll die before we starve. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Yes, I'm too. Just get it down while we're going out of this area. Okay. 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 Cool. Okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis bald.